Hier sind wir doch falsch. Richtig. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, der ist schon weg. Ja. Ja, der ist eigentlich immer relativ schnell weg. So schnell weg, wie er da war. Nur mach dich dann beim zweiten auch schon mal bereit, ne? Ja. Schmeiß weg. Hoch! Hallo? Du hast die Farbe gleich schon aber ausgemacht. Ja. Ach, okay. Kann sie also tatsächlich ausmachen. Mhm. Aber über Pit weiß ich das nicht. Mit einem Knie gepackt. Ich wollte grad fragen, wo sie... Wohan siehst du, wo du da grad hinsielst? Oh mein Gott! 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 Was ist denn da los? Galöppel. Den hast du jetzt auch mal am Sack. Den hast du auch mal am Sack. Genau. Kunstvoll. Und der nächste. Mensch. Was haben die für blaue Flecken oder in den Arm? Und zwischen den Beinen? Ich würde so sagen, ja. Sie ist wahrscheinlich der erste, die die rauszieht. Ja. Würde ich jetzt mal so vermuten. Alter Falter, ey. Am einsamen Charme herausgezogen. Sind sie ekelhaft. Ekelhaft. Boah, voll ins Genick getreten, ey. Wie dollisch. Jetzt aber schnell hier. Drück mal. Biss. Hahahaha. 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 Desks Kro-Tips. Jetzt aber schnell. Hahahaha. Hahahaha. Hāca wāca. Hahahaha. Oh no? Hahaha. Ja, das steckt wahrscheinlich auch schon noch das Fest. Oder? Ne? Aber jetzt. Gitte. Ne Ping. Nni. Haaaa. Zuck dich. Oh oh. Oh, jetzt sind ein paar Frauen dabei. Ja, die waren eben auch schon dabei. Hä? Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Kerle gesehen. Die hatten wie Hasen. Na, kraulmennig. Wow. Kommt ja jetzt bestimmt gleich wieder im Moment, wo sie dann hinter mir herrennen. Ja. Von nach vorne kommt einer. Ich seh links. Warte, fuck you. Warum? Fuck you, Dwayne. Der rennt immer noch hinter mir her. Flatsch, flatsch, flatsch. Der scheint sehr motiviert. Nein, nein, nein. Ah! Scheiße. Scheiße. Ja, aber das sieht schon mal aus. Ah ja, guck mal, das muss spulen schon wieder. Oder sind das die von vorhin? Keine Ahnung, aber das sieht gut aus irgendwie. Zumindest ist es ein weiter Weg, den sie vielleicht... Ah! Entschuldigung! Ach man, nein! Ich mach die Tür so auf und dann... Ach, schön, dass mir einer die Tür aufmacht. Gott! Ach scheiße. So, ich schnitt die ganze Szene. Jetzt hab ich wieder was, ey. Ich mach mal wieder Maus und Tastatur. Fuck you, Dwayne. Selber. Jetzt hast du es ihm übergegeben. Ja. Ja. So, er ist total eingeschüchtert. Ja, toll. Nein. Das ist jetzt nicht so gut. Wenn von der Seite jetzt auch einer kommt. Au, Entschuldigung. Oh, der kriegt mich gar nicht. Was wirst du wohin? Da. So, jetzt kannst du ruhig die Tür aufmachen. Ich fall nicht nochmal drauf rein. ich hätte nicht abbremsen soll ich hätte einfach nicht abbremsen sollen, dann hätte es wahrscheinlich geklappt so komplette wahnsinnige Folge alles klar aber wir sind hier in einem Kapitel, wo ich sagen muss, das macht einen nervlich nicht so fertig es ist zwar natürlich trotz allem spannend aber es ist nicht das, was die anderen Kapitel so ausgemacht hat das stimmt, also das meine ich nämlich auch als wir das erste mal gespielt haben, die anderen Teile boah, das fand ich wesentlich angsteinflößender ja, auf jeden Fall aber, das steht uns ja auch noch bevor ja, jetzt wissen wir es ja, danke ich müsste jetzt, ich würde gerne, ne, ich müsste von hier durch, ne das ist sowas oh ne oder doch tappsen sie mit ihren kleinen Füßchen tappsen sie mit ihren kleinen Füßchen ja, ja doch, die läuft da noch komm, 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 wir brauchen nur an der vorbei ja komm ich hier durch gespeichert aber es ist gespeichert umso besser ja sind das überall, ach, das sind Birnen, gell? nee, nee, Rinnen, Rinnen, Rinnen ja ich weiß oh, ja oh, nein 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 egal hat sie ja gespeichert na ja das ist natürlich auch nicht so einfach, wo die jetzt in allen Gängen rum umlohung höre ich die lache da immer und wir wissen ja immer noch nicht, wo wir eigentlich hin müssen obwohl bis hierhin war ja schon mal wahrscheinlich richtig jetzt wieder hier ich weiß es nicht jeder hat war das exit überall jetzt haben wir hier mal ein bisschen ruhe können uns mal im moment hinlegen inzwischen haben die sich wahrscheinlich alle da jetzt versammelt vor dem sex ist woanders aber das war doch hier hat das stand war doch die vielen nee das ist woanders jetzt guck mal ein ganz anderes bild ja das ist jetzt nicht mehr raus weil jetzt haben wir keine wetten keine aufgestellten keine rundbogen und nix wie wir kommen wir nicht mehr raus da ist das schwarzes guck mal über dem bett augen nicht dass der typ gleich hinter der städt gucken auf dem boden sind wir noch da guck mal auf dem bildschirm das für sowas finde ich ja unheimlich ok da kann ich jetzt auch nix machen jetzt geht doch bestimmt irgendeine tür die immer noch nicht Nicht ausmachen! Oh, oh, oh! Oh, scheiße! Oh! Oh, guck mal, die haben den aber auch gequält! Ich kann mich sogar bewegen! Schrei! Ja, das ist ja auch so! Schrei! Oh je! Ähm, hallo? Es ist dunkel wahrscheinlich, ne? Ach, im Haus! Das ist der Raum, in dem wir angefangen haben. Mhm. Ach man! Oh! Oh! Könnte auch ein anderer Raum sein. Ein anderer, ja. Ja. Der zufällig genauso aussieht. Das ist dunkel. Ich glaube, wir müssen dieser dicken Wurst folgen. Aber hier ist dunkel. Da weiß ich nicht, ob ich davon war. Aber... Wo doch? Ach Quatsch! Wo ist der dicken Wurst folgen? Sie geht da hoch. Ja, wie immer fängt alles im Schlafzimmer an, oder? Nee. Nicht kalt! Ah! Oh nein! Ich weiß nicht, wo er ist. Oh fuck! Ich glaube, wir hätten da runtergekommen. Wo das Gelände kaputt war. Ja. Guck mal. Eieiei. Oh Mann! Im Haus wird es immer unangenehm irgendwie. Ja. Das liegt... Zuhause ist das unangenehm. Die Krankenhaus war es nicht. Zuhause mag ich nicht. Oh, oh! Ey, wieso? Was? Hä? Wieso müssen wir denn jetzt schon wieder... Lässt du mich dann noch... Bin ich jetzt fast dran verreckt, ne? Weil das schon wieder so ein... Ach so, das war ja die Tür. Ach, bin ich doof. Weil der so ein Baff-Buffläufer wieder ankam. War jetzt echt ein bisschen irritiert. Jetzt musst du in den Spiegel gucken. Da ist noch das Auge. Ach, ey. Ach, ey. Das stimmt so unheimlich mit dem Auge. Mh. So, und dann geht das nicht aus. Da. Sieht so hübsch aus. Nimm's mit. Ja, ich muss mich so ein bisschen an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Die kleinen Dinge des Lebens auch. Ei, ei, ei. Mach mich dann. Scheiße, ich muss schon wieder Augen suchen oder so, Alter. Ja. Großes Auge, ein paar große Augen. Die unangenehm. Ähm. 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 Ist das da? Ne, ist nichts dran. Ja, noch mal nach oben, ja, ein bisschen noch mal. Die Tür war da eben auch gar nicht auf zu. Ne, da geht's zum Bad. Ja. Und zum Schlafzimmer. Ja. Oh, wieso leuchtet das hier? Oh nein, ich will nicht hingucken. Na, ein Bild. Das ist ein Auge. Ah, ein Auge. Gut, dann ins Schlafzimmer. Ja. Oder da ins Kinderzimmer geht auch noch. Egal. Ach ne, ist sie auch. Ich befürchte, wir müssen überall hin. Ja. Oh, ich befürchte, ich sehe nicht viel. Keins. Da ist eins. Da ist eins. Okay, irgendwas ist passiert. Ja. Und das knarren kann was anderes gehen. Das knarrt ja immer mal im Haus. Ja, aber das hört sich irgendwie aus, wenn irgendwas aufgegangen wäre oder so. Finde ich. Ne, das ist aber ein Knarren, das hier immer passiert im Haus. Okay. Aber wir können jetzt ja wahrscheinlich noch mal hier weiter gehen. Da ist noch ein Bild. Wo? Da rechts ist eine Tür. Da ist ein Auge, zwei Augen, fehlt noch eins. Das ist dann die Tür, um die es geht wahrscheinlich.